Der Süddeutsche Verlag ist eine aus der Süddeutschen Zeitung hervorgegangene Unternehmensgruppe. Der ursprünglich reine Printmedien Verlag gehört heute zu den großen deutschen Medienunternehmen mit Aktivitäten im In- und Ausland, hat seinen Schwerpunkt jedoch nach wie vor im Bereich Zeitungen, Fachzeitschriften und Bücher. Zentrale des Unternehmens ist das SV Hochhaus im Münchner Stadtteil Sammdorf. Gedruckt wird im benachbarten SV Druckzentrum im Stadtteil Steinhausen. Geschichte Die Aktivitäten des Süddeutschen Verlages begannen mit dem Erscheinen der ersten Ausgabe der Süddeutschen Zeitung am 6. Oktober 1945. Die Süddeutsche Verlag GmbH mit Sitz in München wurde 1947 von den Gesellschaftern August Schwingenstein, Edmund Golschak, Franz Josef Schöning und Werner Friedmann gegründet. Drei Jahre später wurde der erste Buchverlag gegründet. Weitere Beteiligungen übernahmen und Neugründungen folgten. Heute gehören der Mediengruppe über 100 Tochterunternehmen an. Seinen Stammsitz in der Sendlinger Straße hat der Verlag 2004 verkauft. Seit Herbst 2008 befindet sich die Zentrale des Verlages im neuen SV Hochhaus in Münchens-Amdorf. Der Süddeutsche Verlag war bis 2007 zum Großteil im Besitz von fünf Münchner Verlegerfamilien, Nachfahren der Gründer. Das waren die Familien Friedmann, Golschak, Seitlein, Schwingenstein und Dürrmeier sowie zuletzt auch die neu eingestiegene Südwestdeutsche Medien Holding. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung war Christian Golschak. Als Geschäftsführer des Verlages waren im August 2004 Hans Wilienke und Klaus Josef Lutz tätig. Vier der fünf Gesellschafterfamilien einigten sich nach jahrelangen Spekulationen 2007 endgültig darauf, ihre Verlagsanteile von insgesamt 62,5% zu verkaufen. Als Interessenten angemeldet hatten sich der Kölner Verlag M. Dumont Schauberg, die Essener Wärzett Mediengruppe, die Stuttgarter Dieter von Holzbrink Medien sowie die vier Finanzinvestoren Goldman Sachs, Apex, Veronese Sula, Stephenson und drei. Die SWMH mit 18,75% hielt ein Vorkaufsrecht und die Gesellschafterfamilie um Verleger Johannes Friedmann sperrte sich gegen einen Verkauf an Investoren. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Fokus beabsichtige auch der Stuttgarter Verleger Dieter von Holzbrink, unterstützt vom Investmenthaus Goldman Sachs die Verlagsanteile zu erwerben, was aber scheiterte. Angedacht war dabei ein Bündnis mit der SWMH. Am 21. Dezember 2007 wurde der Abschluss der Verkaufshandlungen bekannt gegeben mit dem Zuschlag für die SWMH. Sie erhöht mit Wirkung zum 29. Februar 2008 ihren Anteil auf insgesamt 81,25%. Kennzahlen Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde der Verlag neu strukturiert und erzielte im Jahre 2003 mit 4.329 Mitarbeitern einen Umsatz von 625,4 Millionen Euro. Nach einem Verlust von 76,6 Millionen Euro im Vorjahr lag der Jahresüberschuss im Jahre 2003 bei 0,6 Millionen Euro. 2006 wurden mit 3.868 Mitarbeitern 709,3 Millionen Euro Umsatz erreicht. Geschäftsfelder Der Süddeutsche Verlag ist in die vier Geschäftsfelder Süddeutsche Zeitung, Regional- und Wochenzeitungen, Fachinformationen, sowie Dienstleistungen, Technikbeteiligungen eingeteilt. Publikumszeitungen und Medien Süddeutsche Zeitung Das größte und wichtigste Produkt des Süddeutschen Verlages ist die Süddeutsche Zeitung. Zu dieser Geschäftseinheit gehören auch verschiedene Magazine und Supplements, Internet- und TV-Auftritte, die Abteilung Neue Produkte, sowie das Anzeigengeschäft und die Abonnummerverwaltung. Im Bereich Elektronische Medien beispielsweise ist der Süddeutsche Verlag bei Online-Diensten tätig. An mehreren Radiosendern beteiligt und produziert das TV-Magazin Süddeutsche TV, Zeitungsgruppe Hof Coburg-Suhl. Über die Zeitungsgruppe Hof Coburg-Suhl zählen hierzu die Titel Franken Postenhof, Freies Wort in Suhl, Neue Presse in Coburg und Südthüringer Zeitung in Bad Salzungen. Im Januar 2010 lösten die vier Zeitungen ihre gemeinsame Mantelredaktion auf und beziehen seitdem über regionale Inhalte von der ebenfalls zur Südwestdeutsche Medienholding Gehörenden Stuttgarter Nachrichten, lokale Kooperation mit Zeitungsgruppe Ippen. Mit jeweils 12,5% an wirtschaftlich und redaktionell von der Zeitungsgruppe Ippen geführten Verlagen im Großraum München. Zeitungsverlag Oberbayern GmbH und MbK KG Miesbacher Merkur Münchner Zeitungsverlag GmbH und MbK KG Münchner Merkur Zeitungsverlag TZ München GmbH und MbK KG TZ Sonstige Periodika MbK KMW Bmedien GmbH Eine regionale Anzeigenblattgruppe In einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Münchner Zeitungsverlag werden auf Grundlage eines Vertrages mit dem Freistaat Bayern die Bayerische Staatszeitung und der Bayerische Staatsanzeiger herausgegeben. Punkt. Hörfunk Die Rundfunkbeteiligungen werden gebündelt in der SV Tele Radio Produktions- und Beteiligungsgesellschaft für elektronische Medien MbH. Unter anderem hält die SV Tele Radio Beteiligungen an Radio Gong 96,3, Top FM, Antenne Bayern, Studio Gong und Sat.1 Bayern. Fachinformationen Die Aktivitäten im Bereich der Fachinformationen werden in der Unternehmens-Tochter Süddeutscher Verlag Hütig Fachinformationen GmbH gebündelt. Dort werden 150 Fachzeitschriften und mehrere tausend Buchtitel produziert. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kommunikation und Medien, Wirtschaft und Management, Handel, Recht und Steuern sowie Medizin. Zum Bereich gehören folgende Verlage Hütig Fachverlage mit den Imprinz C, F, Müller Verlag, Hütig Verlag, Hütig und M, Pflaum Verlag, Wichmann Verlag, Medizin Verlagsgruppe, Medical Tribune, Verlag Werben und M, Verkaufen GmbH, Verlagsgruppe Hütig, Jehle Rehm. Dienstleistungen und Technik Der Bereich Dienstleistungen umfasst neben hausinternen Aktivitäten auch Archiv- und Content-Dienstleistungen und Corporate Publishing. Mit Süddeutsche Zeitung Publishing besitzt der SV eine Marketing- und Webdesign-Agentur, vor allem für die Zielgruppe Jugendliche. Mit Süddeutscher Verlag Compact eine PR-Agentur. Über Tochtergesellschaften des zum SV Gehörenden Verlag Moderne Industrie werden Seminare und Kongresse angeboten. Auch die SZ-Logistik gehört zum Unternehmensbereich Dienstleistungen. Seit Februar 2009 bündeln die Logistik-Tochter des SV, der Zeitungsverlag Oberbayern, die TNT Post Holding sowie die Medialog GmbH und Mbco. KG ihre regionalen Erfahrungen im Briefgeschäft unter dem Namen Südpost GmbH und Mbco. KG im Bereich Drucktechnik werden drucktechnische Dienstleistungen angeboten, beispielsweise Zeitungsdruck und Vorstufentechnik. Im SV Druckzentrum München-Steinhausen werden neben der Süddeutschen Zeitung mehrere Titel anderer Verlagsgruppen sowie Einzelkundenaufträge gedruckt. Im Druckzentrum Suhl werden unter anderem die Titel Freies Wort, Neue Presse, Südthüringer Zeitung und Wochenspiegel gedruckt.